Willkommen zurück noch mal. Das Game ist gerade abgeschmiert, deswegen fangen wir jetzt hier wieder an. In die Fresse, Junge. Dein Gehirn wurde pulverisiert. So, jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Jetzt kommt wieder das komische Fiepen. Alter, tut was weh in den Ohren. Mama! 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 Artyom, Liebling, du bist ja so groß geworden. Mama, ich hab Angst. Hab keine Angst. Es gibt nichts, wovor du jetzt Angst haben müsstest. Genießt, Mama. Ich bin jetzt ganz alleine. Du bist nicht alleine. Du bist der Erste. Wir haben uns an dich erinnert und haben gewandelt. Wir konnten uns an alle Gedanken unserer Art erinnern. Und du hast alle getötet. Und jetzt bin ich alleine. Oh mein Gott. Krass. Krass. Natürlich könnte ich ihn nicht töten. Und solange ich lebe und mein Herz schlägt, werde ich ihn beschützen. Khan sagt, wir können ihn benutzen, um den Krieg zu verhindern. Ja, er kann Wunder geschehen lassen. Aber ich will ihn nicht benutzen. Sein Krieg war vorbei, als ich die Raketen auf sein Zuhause richtete. Auf seine Familie. Hm. Ab. 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 Schwarz. Ab. 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 Wo sind wir denn jetzt? Ja, komm ran. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Okay, ich geh erstmal hier. Ich geh mal hier lang. Okay, ich geh mal hier. Ich geh mal hier lang. Nice, Wallhack oder was? Das ist nice. Du und die anderen Leute seid stark. Ihr könnt jeden töten. Ich komme mit dir. Etwas, das du kennst. Ich brauche es. Verstehst noch nicht? Etwas Wichtiges. Aua! Du schon wieder. Drecksvieh. Was ist da hinten? Ach, nö, nö. Viele Hungrige hier. Ich will auch, wie du. Alter, da ist einer, sehr schön, der süße kleine Mann. Ja, die mich fürchten, warum greifen die mich noch an, die sind missgebunden. Ja, dein Maulmann. Ja, dein Maulmann. Und wo ist Kahn? Ja, glaube ich. Ich bin sprachlos einfach im Moment gerade, Jungs. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Krass, 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 krass. Oh, hier haben wir wieder was Schönes. Komm, tauschen wir die mal aus. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das so krass ende. Also guckt euch das mal an, diese Atmosphäre, die haben die so geil gemacht. Hätte ich nie gedacht. Dass die das so geil gemacht hätten. Sieh mal, ich bin wie du, mit Kleidung. Hi. Oh. Ach du Scheiße. Mit Gasmaske ist blöd, ne? Aufpassen! Oh, nein. Oh, nein. Diese Dinger, ey, die gehen mir so auf die Eier, Mann. Ich hab leider keine, die müssen wir uns jungen. Ja, jetzt ist es blöd. Oh fuck, Alter, das war knapp. Eure Häuser, so hoch, ihr gemacht, die Stadt, so groß. Warum seid ihr heute jetzt da unten? Warum so wenige? Ja. Hm. 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 Zeit zu gehen. Du siehst sie nicht? Du nicht sehen kannst? Rot. Gefällig. Oh, erstmal Maske wechseln. So, was ist denn so gefährlich? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe, ich weiß nicht. Das ist die Special Muni, die will ich nicht. Alter, was regnet es denn jetzt so? Keine gute Idee, wa? Bäh, was ein Wetter. Erstmal gucken hier drauf. Muni. Sehr schön. Boah. Ja, ja, und jetzt? Ein Schuss tot. Sterben die wirklich nach einem Schuss? Ist ja nice. Alter, was ein Wetter. Ich wünsche, es wird auch mal bei mir so stürmen. Ohne Spaß. War ja richtig, was ist denn? Was willst du denn? Jetzt alles ruhig. Aber ich bleib ein Mensch. Ich hatte Angst davor, anders zu sein. Angst davor, als abnormal beträchtigt zu werden. Ich war der Einzige, der ihrem Einfluss nicht unterlag. Doch ich hielt mich für einen Schläfag, der Monster. Das Treffen mit dem Schwarzen wurde einfach aus meiner Erinnerung verdrängt. Und das Tier in mir erwachte und verschlag den Menschen. Ich ging als Weise an die Oberfläche und kam als erstorbener Sohn zurück. Ich sollte eine Verbindung zwischen den Engeln und Menschen schaffen. Und stattdessen richtete ich Raketen auf sie. Es gab nur einen Überlebenden. Und jetzt steht er vor mir. Ein Kind, ein Weiser. Allein in der weiten Welt. Der Kreis schließt sich. Hier braucht man schon mehrere Schüsse. Hol' ich jetzt mal meine geile Pampe raus. So, kommt mal ran hier. Das sind doch die Schreidinger, oder? Das ist auf jeden Fall eine gute Menge. So. Der atmet so stark. Oh, Junge. Manchmal, ne? Gehen mir diese Dinger schon auf die Eier. Aber nicht nur ein bisschen. Gehen mir alle Filter, die ihr hier habt. Ich brauch die. Was ist das gut denn, Junge? Oh, Junge. Ich sehe so gut wie gar nichts. Junge. Schon geil mit der rechten Maustaste tust du mal schon so. Äh. Mehr Schüsse abgeben. Das ist richtig geil. Ich hatte die Eier. Ah, ich hatte ihm auch nie. Nein, ich weiß nicht. Der pisst euch doch mal. Oh. Oh. Dann hängt die Schaddi ein bisschen an. Oh, Junge. Die Dinger hab ich noch nie gesehen. Ohne Spaß. Ne, die wollte ich jetzt auch nicht nehmen unbedingt. Wechseln. Ne, ist eigentlich noch gut. Oh. Geht das überhaupt noch? Kommt dran. Das war halt auch schon bei mir. Ich führe ihn vor. Er ist groß, aber dumm. Hm. Boah, was hat schon... Die Flügel dann sind sehr schnell. Aber ich arbeite. Hm. Was hat ja um alles durchmachen muss hier. Tut mir schon fast leid hier. Tja. Das kann ich dir auch nicht sagen. Wir kommen zur Polis. Gemeinsam. Komme, was wolle. Der Kleine wollte nicht weg. Irgendetwas hält ihn. Ich verstehe noch nicht was. Nichtsdestotrotz bin ich froh, dass er hier ist. Denn er ist hilfreich. So. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Also, bis dann. Euer Flo. Ciao. Ciao.